Ihr schickt mir immer wieder irgendwelche Streamer, die lustigen Kram machen, unter anderem gerade vor kurzem erst einen, der mit ner Flexen seinem Stream rumspielt. Wir wissen alle, dass es in Streams immer wieder großes Gefahrenpotenzial gibt und eben auch einige Streamer sich mitunter in Sekunden komplett einscheißen und der Account vielleicht sogar die ganze Karriere hinüber ist. Gestern hab ich dazu einen Fall bekommen, bei dem es wortwörtlich also mit einem einzigen Schuss aus war. Ich zeig euch mal eben kurz das Video. Bitch, say I ain't got money. Say I ain't got money. Goddamn. What the fuck? What the fuck? Ich weiß nicht genau, wofür der Schuh da ist, da man da aber ne Flüssigkeit drin sehen kann, ich nehme an, dass das Cola oder vielleicht Cola mit Alkohol hat er wahrscheinlich aus dem Schuh getrunken. Das unterstreicht natürlich nochmal die Dummheit Alkohol und Waffen, das weiß ja jeder, selbst Amerikaner wissen, dass das keine gute Idee ist. Die Sache, die er da aus Versehen durchgeführt hat, ist auch ne Straftat in Amerika und wahrscheinlich auch überall sonst wo auf der Welt. Er hat unter anderem seine G-Fuel-Bottle zerschossen. Wartet mal kurz. Hört euch mal den Sound an, das gibt's doch gar nicht. Wie krass pegelt sein Mikrofon den Schuss ein? Goddamn. Wenn ich jetzt so laut schreie in den Streams, dann klippt mein Mikrofon. Also übersteuert hart. Ich frag mich, was ist der für ein Tyler, toller Diewald-Film. Wir wissen auch, dass die amerikanischen Häuser, also ich geh einfach davon aus, dass er ein Ami ist, aus Pappe bestehen mehr oder weniger. Also das heißt, er hätte auch im Nebenraum einfach jemanden erschießen können, was zum Glück nicht passiert ist. Dennoch waren die Folgen für ihn gravierend. Sein Twitch-Account wurde gebannt. Wer weiß, für wie lang, ich geh davon aus, für immer. Also Twitch erlaubt es nicht, dass man einfach so rumballert in den Streams. Außer wenn man vielleicht auf so ne Shooting-Range geht, aber das weiß ich auch nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass es dann wieder anders behandelt wird, aber das... Es hat so nen speziellen Begriff, den die Amis kennen. Illegal Discent Charging Gun. Irgendwie so. Das Weitere hat auch sein E-Sport-Team oder seine E-Sportl-Organisation ihn gebannt. Das ist soweit, was ihr mir noch geschrieben habt. Also dass er ein E-Sportler ist, weil ich kenn den Streamer überhaupt nicht. Ich seh den zum ersten Mal. Aber sein PC ist ziemlich bunt, also von daher muss er gut sein. Das heißt, er hat sich wirklich alles damit erstmal zerschossen. Er hat sich diesbezüglich auch schon entschuldigt und hat halt gesagt, ey, ich hab echt Scheiße gebaut, tut mir leid. Ist schon mal der Schritt in die richtige Richtung. Alles in allem bleibt zu sagen, dass man halt einfach aufpassen muss. Wenn ich live bin, auf twitch.tv, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr, dann mach ich sowas halt nicht. Wobei auf Twitch ja auch schon nur das falsche Wort reicht, dass du zumindest für eine gewisse Zeit getimeoutet wirst. Bittere Pille auf jeden Fall für ihn und leider gibt es für euch auch noch eine bittere Pille. Und zwar bin ich morgen am Dienstag, den 10.03. nicht da. Der Stream morgen wird ausfallen. Ich hab genau um Punkt 18 Uhr einen wichtigen Termin. Und ich weiß noch nicht genau, wann ich dann wieder zu Hause bin. Wenn ich nebenan so wahrscheinlich 21 Uhr, solange wie der Stream gehen würde. Morgen ist also kein Livestream. Vielleicht kann auch jemand von euch morgen um 18 Uhr kurz in den Chat gehen. Und falls jemand ist, ihm halt sagen, dass der Stream ausfällt. Ich werde den Titel dafür auf Twitch auch anpassen. Ja, wie gesagt, morgen hat er da kein Stream. Vielleicht werde ich dann dafür heute Abend noch eine Runde streamen. Also jetzt am Montag. Oder aber ganz sicher zum Ausgleich am Mittwoch. Dazu werde ich aber noch Bescheid geben, ob das dann auch um 18 Uhr starten wird oder später. Eine Sache will ich ihr aber noch geschwind zeigen. Und zwar, achtet bitte mal auf seine Reaktion. Ich weiß nicht, ob er auch YouTube-Videos macht. Aber guckt mal, was er jetzt macht. What the fuck? I swear to God, I just emptied the map. Warum macht er das? Also, so verzögert. Ich würde es verstehen, wenn er es direkt macht, nachdem er geschlossen hat. Oh shit, damn! Es scheint so, als würde er einem direkt die Möglichkeit geben, eine gute Thumbnail zu kreieren. Beziehungsweise für sich selbst vielleicht die ganze Sache ausschlachten zu können. Aber das ist jetzt einfach nur eine Unterstellung von mir. Aber ich glaube, das war eher kein Gedanke, den er hatte in so einem Moment. Sondern einfach halt, ja, dann... Muscle Memory oder sowas. Bleibt natürlich noch zu überlegen oder zu hinterfragen, inwiefern die Bestrafung jetzt zu hart oder zu weich ist. Ich finde, der Twitch-Account, klar, der ist natürlich weg. Ich weiß nicht, ob er für immer gebannt sein sollte. Ich finde, die ganze Sache sollte vor allem halt im normalen Recht verfolgt werden. Also, da er wirklich gegen Gesetze oder was ähnliches verstoßen hat, sollte er da natürlich belangt werden. Ich verstehe natürlich auch von seinem Netzwerk oder von diesen E-Sport-Community-Leuten halt, dass sie sagen, hey, wir wollen nicht von ihm repräsentiert werden. Das ist nicht unsere Einstellung zu Waffen. Dass man einfach da rumballert. Das ist verständlich. Ihr könnt natürlich gerne schreiben, wie ihr über die Sache denkt. Also, jetzt nicht nur die Tat an sich, sondern eben auch wirklich die Bestrafung davon. Da ich nicht weiß, wie die Bestrafung im rechtlichen Sinne aussieht, weiß ich nicht, ob er da nicht vielleicht sogar schon genug auf die Finger bekommen hat. Rechtlich sollte man ihm natürlich einfach alle Waffen abnehmen und jegliches Recht, Waffen in Zukunft zu besitzen, entziehen. Ganz klar. Nur auf Twitch bezogen würde ich sagen, dass, ja, nach einer Entschuldigung oder nach der Entschuldigung, die er gebracht hat, dass man da schon sagen könnte, hey, komm, noch ein, zwei Monate, ein bisschen Auszeit für dich und dann kannst du wieder weitermachen. Aber wenn wir ein einziges Mal wieder in der Waffe bei dir im Stream nur sehen, bist du für immer weg. So. Gut, dann haut mal rein. Vielleicht sehen wir uns heute Abend noch live. Ciao, ciao.